Herzlich Willkommen zu einer Rechnungsfolge Hier auf der Marsch Version 1.3 Wir werden jetzt noch Ballen fressen für Nr. 23 und Nr. 23 Beide werden auch hier gelebt Die Ballen von Nr. 24 und Nr. 24 werden auch hierher fahren Den Ballen füllen wir noch gleich rein Die anderen Wiesen sind alle erledigt Die müssen noch wachsen oder nicht Die sind noch wachsen ist gut Da haben wir es geschafft Ansonsten ist wirklich gut Das heißt, dann beginnt bald die Aufsage Raps sollte ich aber aufsehen Das gedüngt muss es noch alles werden So, den fahren wir auch mal los Der fährt seine Runden So, dann sehen wir mal Einer am anderen Bis dahin ist es noch Ja, die sind noch Ja, das ist noch Was alle trakten Die müssen wir hören Jetzt müssen wir hören Die müssen hören Die müssen hören so kraftwerklich und war alles zu kann man das heute noch kraft gemächt kriegen mit 0 u und 0 u und 0 u und 0 u und dann kann man in aller ruhe gemäht werden und entsprechend erstör wir werden das in unseren reststrom den Hofzug fahren machen wir das Licht an und dann werden wir Maisaktion vorbereiten wir beginnen nur auf Felden B3 da kommt auf jeden Fall Gras ein da wo Mais war und ausfleisch ja da war der P-Story im Acker wir sind die KMH schon mal so 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 das so 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 die runde der fährt schon hoch und runter wir haben uns kurz hier rein suchen gucken machen so ja gut da muss man gucken ob die kühe alles haben also schweinestahl ist gut aus ja noch geht die könnten ein bisschen mehr das sind die großen tiere wir haben wieder ferkel da aber da muss nicht gleich sein und hier 6 kilo die großen dabei nein die ersten werden zuerst kommen zum schlachthof und das sind die 13 kilo überwiegend größere fährt dann müssen wir Gas gehen wir können noch zwei rein haben gut das wäre ungünstig so mal nachdenken ach so hier den Hexer bei der Suche weil es Suche mit zwei Schnurwer ist eine Halle irgendwo hier die Silage ist für ja genau ich sag so wie Weißrot ist aber ja in der Hallen jedenfalls ja auch hier will ich die Mods täglich nutze rausnehmen da wird mir auch noch schwierig die zu finden die nutzen da ist das Risiko das sind die Hexer weg das sind die Hexer weg das sind die Hexer weg besonders bei Hallen und so Fahrzeug kann man sich ganz schnell immer glauben aber wenn die Hexer weg ist ist alles wieder so hin zu stellen wie es jetzt ist ich würde sagen schwierig aber es ist doch ein bisschen nicht so einfach weil der kommt doch den Mann durch die Rüge und es gibt doch den Titannas Bauch aber das würde ich im Grunde genommen auch keine Lose fällt mir also alles ist so ist eine Stelle da muss ich nicht verlegen auch direkt bei der Hexer nach und nach im Grunde die Maschine ist eine Auslegung und die Halle noch nicht ist die Position kann nicht bleiben das wird ok so die 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 so da haben wir schon da sind wir so ich bin auch da so aber wir fangen nicht an wir wollen immer die Fahrzeuge das heißt jetzt geht auch die wir dücken noch fleißig wenn wir kurz mal die Fahrzeuge sammeln ein paar Linien ja noch ne solange die mähen werden wir hier nicht äh groß am Anfang wo wir alleine arbeiten müssen mehr oder weniger aber das passt schon so ich hätte dann probiert gehabt immer an Hexschlabel anzuhängen und Anhänger und so aber ich hatte da an der Beziehung noch Pech der passt doch nicht he 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 schaulicherweise das hatte ich auch nicht vorgesehen von nachher vorgesehen hier werden die Wiesen düngen und und zumal das gut der klassische mal dann hopfen haben wir auch mal aber das ist auch nicht rein ich hab nur gesehen hm ich dachte eh Das ist die normale Äckse, die normale Tasche mit Maisgebüß. Mal schauen, was das ist. So, keiner läuft nicht mit jetzt. Das ist sehr gefährlich. In der Überlänge. Ich habe mir jetzt kurz eine kurze Pause einzulegen. Kaffee zu machen. Um 3. Normalerweise hätte er neue Flüche gehabt, aber ich konnte freinehmen. Ganz gut, dass ich heute hinkriege. Für die 14 Folgen. Thüringenkarte ist auch soweit fertig für nächste Woche. Nur muss dann am Sonntag nicht 14 machen, sondern heute 3 dazu. Oder ich mache die noch heute. Mal sehen. Aber soweit ist alles hochgeladen für die nächsten Tage. Also da ist alles gut. Für den Marsch muss ich aber für den Montag alles fertig machen. Aber da ja heute das feiter ist, ist das für mich zeitgesehen. Für mich ist kein Problem genug Zeit. Die meiste Zeit geht drauf beim Bearbeiten. Wenn man rennende Videos auf die passende Größe, die ich brauche für den Typ. Das mache ich dann immer so parallel zum Hochladen. Also ich fange an mit Rennern und dann beginne ich mit Hochladen. Und muss da alles entsprechend ausfüllen, was man so alles reinfüllen kann. Was man können. Was man können. Keine Portion. Titelbeschreibung und so. Das muss halt gemacht werden. So jetzt haben wir dann nicht die Hübe und dann den Daumerwagen. Wenn wir einen halben Lkw werden wir jetzt nicht dahin büchen. Ups. So einer ist fertig. Alles gut. So eines ist fertig. Ich dachte Frau Bülsch recht. Und wenn wir auf dem hoch fahren, normalerweise, ne? Ja. In Teil uns im heeren. Da die anderen Ballen sind. In Teil. Und was für die anderen Ballen sind. Wir sind fertig. Na dann, das ist ja eigentlich fertig. Das sind wir. die lage das war der dünner fuzzi ist fertig Aber ist auch gut, dann können wir, was geht der jetzt? 24 Uhr, am besten, ich glaube, wir müssen jetzt fahren. Hier im Alkohol, ich bin in der Uhr. Ja, gut, gut, gut. Hier, jetzt mit dem Karte gucken, wenn wir da sind. Da ist ein richtiger Weg. Jetzt hab ich nur ein Spiel durcheinander, das ist doch gar nicht. Karte, ich werde mit der Maus auf die Karte gehen. Wo ist der Filzparkett? Das letzte war ein 1.000, da war nichts wunderbar. Aber da gehts auch bald weiter. Ist ja richtig, ja. Ist da noch 1, Mann. So, mal gucken mal hier. Düng, Feldkummer 24. Haben wir sowas. Düng, Düng, 3,7, 3,7. Wir müssen zurückfüllen, ne. Machen wir jetzt. Das macht nichts. Wenn wir den Kurs erfüllen. Wenn wir den Kurs nicht weiterhören. Wenn wir den Kurs nicht weiterhören. Wenn wir den Kurs nicht weiterhören. Die ausgefüllt werden. aber gut das für die wiese gereicht hat für die 44 den homo dünger blocken blocken die gucken ach so dass einer schon fertig meisten panik bei blogging so ballenpressen sind immer nur wichtiger als dünnen können wir morgen auch noch mal in aller Ruhe weil das ist jetzt nicht so dramatisch das geht relativ ziemlich näher dünn ist ja auch ohne Gefahr da gibt es die wenigen probleme mit denen da müssen wir im ehem verband so gefährlich sein wenn ein verband gemacht wird wenn es klein ist da wird doch nichts bringen da musst du nur also fahrzeuge sprechen von a nach b schicken so wickelt kappelt wickelt kappelt he 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 kappelt 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 Dann gehen wir mal Richtung 21, in der See gerade, hier ist es aber, zack, haupt, haupt. Wie sage ich, wie immer, früher bewegt, das war es schon heute. Aber man hört es nicht ganz genau wieder. Ich würde sagen, danke für den Bescheid schauen. Ciao, ciao, ciao.